Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. Hier aus dem nächtlichen Los Heisenbergos. Ja, da steht da ein Ferrari im Gelber. Ein schöner, warum kann ich denn nicht näher ran? Ich will näher ran. Da hat es noch ein Moped, die mag ich auch sehr. Und die Polizei. Ja, das führt mich eh gerade zu dem Gedanken. Danke für die vielen Tipps. Ist eine neue Session, die ich jetzt hier mache. Mitten in der Nacht. Ich geniesse das richtig. Das habe ich früher sehr oft gemacht, in der Nacht gespielt. Und alle haben geschlafen. El Heisi hat gespielt und war glücklich. Und das mache ich jetzt halt auch mal. Da ist der blöde Quietschevogel, den habe ich immer noch nicht weg. Den müsste ich mal noch wegkriegen. Jetzt zu den Tipps. Das waren sehr viele. Vielen, vielen Dank. Ich versuche die, ja, so weit wie möglich natürlich zu beherzigen. Jetzt einer war, hier oben eine Verbindung zu machen. Weil sonst die Autos, die hier runterkommen, die nach hier wollen, alles hier runterdüsen müssen. Einmal Kreisel rum und dann hier und so weiter. Jetzt, oh, Müll. Moment, Moment. Haben wir? Ich muss mal gucken. Doch, eigentlich haben wir. Äh. Auch wenn das Ding nicht gut steht. Jetzt kommt Wasser. Sag mal, ähm, was habt ihr denn alle für Sorgen? Oder ist das, weil ich das Spiel gerade gestartet habe? Mal gucken. Wasser. Also, Leitungen haben sie. Ähm. Jetzt, ich frage mich nur gerade zum Thema Wasser. Da hiess es, ich muss nicht so viele Leitungen verlegen. Wenn das blau markiert ist, hiess es, äh, dann bekommen die Häuser Wasser. Ich sehe hier nur keine... Ah, doch, da ist sie ja. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nur nirgends eine blaue Markierung. Natürlich sehe ich eine blaue Markierung. Aha. Hä? Ist das überall hier? Echt? Dann habe ich ja viel, viel, viel zu viele Leitungen. Aber warum jammern die denn alle? Haben wir denn hier tatsächlich... Ah, einen viel zu hohen Verbrauch. Okay. Und auch die Abwasserproduktion in Strom und alles. Heiliges bisschen. Das ist ja komisch, dass das jetzt alles zu Beginn kommt, wenn ich hier wieder anfange. Naja, gut. Äh, die haben keinen Strom. Äh, Moment, Moment, Moment. Wir müssen beim Anfang beginnen. Das heisst, wenn sie keinen Strom haben. Stromverbrauch 46. Zu 40. Das heisst, wir müssen was mit Strom machen. Ähm. Zuerst. Damit das Ding hier wieder Strom hat. Damit das vielleicht wieder Wasser fördert. Ja, ja, ja. Es ist richtig. Wobei, jetzt hat es hier... Ne, hier unten haben sie eben noch kein Wasser. Okay. Wo machen wir die hin? Oh, boomende Kleinstadt. Na, das ist ja schön. Äh, mäm, mäm, mäm. Transport. Busse. Wir haben Busse. Okay. Recycling. Freizeitbenutzung. Neue Kreisel. Und Friedhof. Okay. Ja, was es nicht alles gibt. Okay. Wir müssen jetzt aber erstmal zu Strom kommen. Äh. Soll ich das auch hier hin machen? Eigentlich heisst es, nimm das aus dem Agrargebiet. Das ist natürlich wahr. Denn das versumpft den ganzen Boden. Auf der anderen Seite... Wo wollen wir es hinstellen? Wir können es ja auch nicht mitten ins Wohngebiet stellen. Also klar können wir machen. Wisst ihr was? Ich stelle es jetzt... Sorry. Doch mal noch hier hin. Und dann ändern wir was später am Stadtteil. Also an... Wo die Landwirtschaft ist, würde ich sagen. Wenn sich das tatsächlich bemerkbar macht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm. Dann müssen wir da eben was machen. Jetzt für den Moment brauchen wir Strom. Also müssen wir das mal hier hinstellen. Strom müssen wir jetzt haben. Ja. 80. Jetzt pumpt es hier auch wieder. Das würde dann heissen, dass das Wasser... Wasser. Ja. Wasserpumpkapazität. Okay. Das war... Gar nicht so schlecht. Erst für den Strom gucken. Dann kriegen sie auch wieder Wasser. Dann müsste das jetzt hier unten aber auch ankommen. Okay. Aber jetzt wegen diesem blauen Ding hier. Ich frage mich dann doch. Dann würde eigentlich ja aussen rum reichen. Und der Mitte wäre ja abgedeckt. Ich muss mich das mal ein bisschen im Auge behalten. Okay. Jetzt zurück zu dieser Verbindung. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass das Stau gibt. Hm. Hier. Äh. Wenn wir das verbinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahr. Seht ihr? Die fahren jetzt hier natürlich einfach hier runter. Äh. Die werden sich hier einreihen. Und da rüber. Und... Äh. Das ist nicht ideal. Ich gebe es zu. Also. Machen wir ein Strähchen. Ja. Da würde ich dann doch eher was Breites hinmachen. Geht das? Das geht. Okay. Ist das schon eine Autobahn? Moment. Das ist eine Autobahn. Das ist so breit dann doch nicht. Einwand nicht. Machen sie mal so. Okay. Das freut die natürlich tödlichst. Würde mich auch nicht so anmachen. Dass ich plötzlich hier irgendwie hier so eine Durchfahrtstrasse vor die Nase geknallt kriege. Das macht niemanden glücklich. Gut. Jetzt haben wir die Strasse gebaut. Das heisst hier unten müsste schon mal entlastet werden. Denn hier ist ordentlich was los. Ähm. Es hat auch zu viele Kreuzungen. Hiess es. Das... Das sind halt alles Sachen. Die muss ich jetzt nach und nach erstmal lernen. Ich kenne zwar SimCity. Habe ich ja gesagt. Aber ich kenne halt City Skylines noch nicht. Die Funktionen. Die Technik dahinter. Das ist mir alles noch nicht ganz so geheuer. Hm. Doch. Geheuer ist es mir. Ich finde es cool. Aber ich muss mich halt ja auch erst vertraut machen damit. Wie das hier genau gedacht ist und wie das läuft. Jetzt lasst uns doch mal gucken. Was haben wir denn Neues? Wir haben Busse. Okay. Geld haben wir auch. 69.000. Und wir brauchen eigentlich hier am ehesten mal Industrie. Ich muss jetzt doch nochmal schnell gucken wegen den Stadtteilen. Wo waren die gleich nochmal? Hier. Aha. Aha. Hier haben wir die Forstwirtschaft. Ja. So war ich klar. Die Landwirtschaft hat mittendrin halt. Und ja vor allem hier die Müll abfuhr. Aber eben. Irgendwo muss ich sie hin tun. Und im Moment sehe ich kein Zeichen dafür, dass die Landwirtschaft darunter leiden würde. Sehe ich das richtig? Ich weiss es nicht. Ja man hier mal. Ja ausser dass sie nicht bauen. Sie bauen hier nicht. Das könnte natürlich schon ein Indiz dafür sein, dass ihnen das überhaupt nicht passt. Hier mit dem Ding. Ich würde meinen Bauernhof wahrscheinlich auch nicht genau. Ah Moment. Ah ne da habe ich noch gar nichts. Gemacht. Ja da kann ja keiner bauen, wenn es hier nicht gelb markiert ist. Wir markieren mal. Wir bauen sowieso Industrie hiess es. Steht hier unten. Okay. Jetzt werde ich hier aber mal mit dem Wasser. Ja jetzt bauen wir hier genau Wasser. Jetzt kann ich es nicht zeigen. Okay. Ich mache jetzt aber mal eine Leitung hier raus. Reicht das oder muss das geschlossen sein? Das ist dann die andere Frage. Ne da kommt das Wasser. Gut. Dann haben wir das Wasser hier. Die müssen jetzt eigentlich Wasser haben. Oder genau nicht? Nein. Die sind genau schön ausserhalb. Ne das ist ja. Klasse. Die sind immer noch ein bisschen ausserhalb. Ich lasse es jetzt aber mal. Sie melden sich ja wenn sie kein Wasser haben. Gut. Jetzt brauchen wir Wohnungen. Weiter geht es. Weiter geht es. Äh. Wo machen wir denn Wohnungen hin? Wir sind hier schon mal nach hier unten ein bisschen gegangen. Das sind ja diese Häuschen. Die irgendwie doch jetzt ein bisschen gewachsen sind. Jetzt sind es nicht mehr ganz so slammig ausserhalb. Die werden gerade gelevelt. Das kann natürlich auch sein. Ähm. Schön haben wir es hier. Gut. Ähm. Wir machen. Wir machen mal hier weiter würde ich sagen. Wir bauen hier mal. Eine Strasse. Das wäre die breitere. Ich mache mal die schmalere. Dann haben wir keine Lichtsignale. Und zu den Einbahnstrassen. Stand halt auch noch. Dass die nicht zu toll sind. Äh. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe es jetzt halt mal gemacht. Ich lasse jetzt mal. Wir beobachten das auch mal. Wie das weiter geht. Ich weiss es nicht. Ich kann es nur erahnen. Und wenn da was schief geht. Dann werden wir das halt entsprechend wieder korrigieren müssen. Das ist ja eigentlich ganz einfach. Da machen wir auch mal noch hin. Oh. Was mache ich denn? Ich mache was wir gar nicht brauchen. Aber das ist auch egal. Dann machen wir hier die Wohnungen. Wie bin ich denn jetzt auf Gewerbegebiet gekommen? Hat so schön blau geleuchtet. Wahrscheinlich dachte ich. Ja. Dann machen wir halt mal schön blau. Äh. Ja. Habe ich auch gemacht. Okay. Wasser. Hätten wir soweit. Aber wir könnten hier eigentlich noch raus. Hier noch rüber. Und hier unten machen wir auch mal. Noch mal rüber. So. Ich mache jetzt definitiv weniger. Ich werde hier keine Querdingens mehr ziehen. Denn das ist ja im blauen Bereich drin. Das müsste also passen. Jetzt hatten wir noch was mit der Polizei. Genau. Ähm. Dass ich die Polizei genau an eine Einbahnstrasse gestellt habe. Hm. La Polizia. Hier. Ist die wirklich an der Einbahnstrasse? Moment. Das ist eigentlich eine normale Strasse. Sehe ich das richtig? Ja. Ne. Das ist eine fürchterliche Einbahnstrasse. Okay. Haha. Stimmt. Und das ist wahrscheinlich dann die Gegenseite sozusagen. Ja. Okay. Das ist dann nicht so schlecht. Aber dann würde ich sagen, wir verschieben die mal. Das geht ja. Und wer hat sich nicht schon mal gewünscht, die Polizei zu verschieben? Das ist, wenn man eine Büsse bekommt, natürlich praktisch. Äh. Statt bezahlen, verschiebt man schnell den Polizeiposten. Vielleicht verschwindet die Büsse dann ja auch. Haha. Äh. Ja. Wohin damit? Weg von der Einbahnstrasse. Können wir dich hier hin machen? Bist du eine Einbahnstrasse hier unten? Das sieht man gerade nicht. Umzugskosten. Aha. Okay. Das kostet auch. Jetzt haben wir aber keine Einbahnstrasse mehr. Das passt jetzt. Da können sie hier raus und hier in die Richtung. Ist natürlich für die Polizei oder auch für Feuerwehr und Krankenwagen auf Deutsch gesagt schon ein bisschen behämmert. Wenn die natürlich erst hier runter müssen, wenn sie eigentlich da rauf müssen. Nur ist es eigentlich die Polizei mit Blaulicht, müssen die ja trotzdem eigentlich auch falsch fahren können. Sollte man meinen. Aber okay. Das ist halt in dem Spiel vielleicht nicht so. Ich weiss es nicht. So. Wächst hier schon was? Wir gehen mal hier in den Modus. Was bist du Schönes? Ein ruhiger Eckladen. Das ist doch schön. Dann ist das eine ruhige Gegend. Das freut mich. Aha. Hier wird schon gebaut. Gut. Wir kontrollieren mal alles. Berechtigt 300. Kapazität 600 bei den Schulen. 816 zu 1000. Das passt. Gesundheitswesen. Jetzt könnten wir wahrscheinlich dann bald mal einen Friedhof machen. Lärmbelästigung 0. Verschmutzung 0. Okay. Haben da die Leute Freude oder weniger? Also ich hätte keine grosse Freude einen Friedhof neben meiner Wohnung zu haben. Ich finde das irgendwie beängstigend. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch. Aber hm. Ich weiss nicht. Ja, wir lassen uns den mal hinstellen. Wir stellen den mal hin. Und wenn die Smilies kommen, dann sind sie happy. Und wenn sie grummeln, dann grummelen sie. Aha. Die freuen sich. Okay. Ja. Vielleicht alles ältere Leute. Dann haben sie nicht allzu weit hier. Vergesst den letzten Satz wieder. Ja. Einen bösen Humor habe ich dann eben doch teilweise. Manchmal, manchmal, manchmal. Aber ein Friedhof vor der Haustür. Nö, danke. Das müsste ich nicht haben. Baut ihr jetzt hier trotzdem? Hier oben wird gebaut. Das ist alles soweit okay. Gut. Wir waren bei der Kontrolle. Feuersicherheit. Passt eigentlich. Sonst eben die Feuerwehr. Die fährt ja sowieso rum. Dann haben wir hier noch die Polizei. Kriminalität niedrig. Das passt auch. Jetzt möchte ich hier nochmal, nochmal wegen den Stadtteilen. Ich muss doch tatsächlich, wo waren die? Jedes Mal suche ich sie. Hier. Hier haben wir Forstwirtschaft. Okay. Das ist also alles, wenn es Industrie wird. Forstwirtschaft. Okay. Die haben wir denn hier schon Industrie. Ja. Hier unten. Hier unten. Moment. Sie bauen da noch nicht allzu wild. Hier hat es überall noch Bäume. Ah ja, okay. Vielleicht müssen sie die Bäume sogar stehen lassen. Das ist natürlich auch klar. Das ist dann Teil der Forstwirtschaft. Diese Bäume. Dann stehen hier statt dieser Fabriken stehen dann hier eben Bäume. Macht durchaus Sinn. Wäre logisch. Das sieht man nur irgendwie so nicht. Aber wisst ihr was? Wir brauchen sowieso ein bisschen mehr. Ein bisschen Nachschub. An Industrie. Dann machen wir das mal. Komme ich hier in irgendeiner Form noch rauf? Oder ist hier die Schule komplett im Weg? Rötötö. Das sind Geräusche hier. Wir machen es mal so. Ja. Dann kommen wir hier auch noch runter. Dann gehen wir mal noch frech nach hier hinten. Gut, jetzt gibt es hier haben wir gesagt halt den hier Industrie Das müsste alles Forstwirtschaft sein. Mal gucken ob das klappt. Wie steht es mit Wasser? Ganz knapp Wir ziehen hier nochmal eine Leitung Das ist ja auch nicht so teuer, aber okay es stimmt schon. Wenn das natürlich diese blaue Markierung ist, ist das doof hier überall diese Querverbindungen zu bauen. Die brauchen wir in dem Fall gar nicht. Wusste ich nicht Jetzt weiss ich es. Dankeschön 120, 120, das passt auch Was haben wir denn noch? Oh, Transport. Okay, das könnte man natürlich mal anleiern würde ich meinen, aber das machen wir Ne, das machen wir später Was haben wir hier denn noch? Ich möchte mal gucken, was wir noch alles haben Statue des Wohlstands Aha, die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt Anforderung für den Bau des Weltraumlifts Oh, Weltraumlift Ja, was höre ich denn da? Ja, schön Ja, dann sind das alles so Bedingungen, um was machen zu können nachher Anforderung für den Bau des Hadron Colliders Was auch immer das ist Okay, wir lassen es mal Das ist, glaube ich, noch sehr teuer 10.000 66.000 haben wir Vergessen Sie nicht sich die neue freigeschaltete Dienstleistung Ja, ja, das sind die Busse Das ist mir klar Hier haben wir Die U-Bahn Zug Schiff Flugzeug Der kostet halt 30.000 Wir könnten ihn ja Ach, wisst ihr was? Wir setzen den doch schon mal hier, den Busbahnhof Die Frage ist wohin Das Muss ich mal schnell gucken Wie ist das? Ah ja, Lärmbelästigung 50.000 Das heisst, den brauchen wir Definitiv auch nicht in den Wohlgebieten Denn wir setzen Lieber den Busbahnhof Hier hin und machen hier Hinten dann Busverbindungen Äh, der Bahnhof ist ja nur Die Grund Das ist Industrie Ja, hier oben Das ist ja nur die Grund Äh, wie sagt man denn dem? Die Grund Das Grund Dingens Damit wir überhaupt Busse Bauen können Die Grundvoraussetzung Jetzt habe ich es Kann man denn sowas vergessen? Heieiei Ähm, bauen wir jetzt halt auch Mitten in die Landwirtschaft rein Aber Mein Gott, die mit ihren Traktoren Machen auch so viel Krach Das kann Kein Ding sein Wenn wir hier Einen krachigen Busbahnhof Hinstellen Okay, und jetzt Platzieren Sie Bushaltestellen Zum Erstellen einer Linie Bushaltestellen müssen Eine ringförmige Linie bilden Busse werden automatisch Von einem Busdepot Von einem Busdepot entzendet Okay Ähm, ja Wir platzieren mal Wir machen mal Eine kleine Linie Der hat kein Wasser Dann machen wir erstmal Das Wasser noch hier hoch Denn ohne Wasser Möchte der nicht arbeiten Das kann ich nicht verantworten Also Busse, Busse Wo war es denn jetzt? Kleiner mal Da Eine kleine Buslinie Damit wir mal Jetzt hat er keinen Strom Ja, nun stell dich doch nicht so an Es ist doch Äh Ne, nicht da Wo sie bauen sollen Das machen wir hier hinten Und jetzt hier rein Dann müsste der Strom haben Dann können wir vielleicht tatsächlich Mal noch eine Buslinie machen Na Lieber Busbahnhof Was meinst du? Dankeschön Äh Nochmal suchen So, jetzt Erster Test Also fahren tut man ja auf der rechten Seite Ich nehme an, dass man sind im Spiel auch Gehen wir mal hier lang Haltestelle Aha, okay Oh, da freuen sie sich schon Gut Gehen wir mal hier lang Hier wieder auf der rechten Seite Äh Das ist tatsächlich eher eine kurze Linie So Wenn wir es so machen Da haben wir eine Haltestelle Dann machen wir hier noch eine Äh, es ist zwar schon Äh, ne Kann ich die wieder wegnehmen? Das dürfte nicht sehr clever sein Mitten im Kreisel drin Da haben wir gar keinen Platz Ah, okay Kann ich wieder wegnehmen Da haben wir gar keinen Platz Um was zu machen Ist ja Doof So Hier noch eine Hier noch eine Jetzt freuen sie sich wieder Das freut dann mich Dann hier noch Und wenn ich jetzt hier Ah, Linie abschliessen Okay Dann macht er das Und wie fahren die jetzt? Die fahren hier So Okay Sie fahren so Wenn sie so fahren Ist ja recht Da kommt ja schon der erste Bus Ich habe ihn erwischt Schön Sind schon auch sehr schöne Modelle Muss ich sagen Cool gemacht Ich glaube die Farbe kann man noch ändern Aha Ah, die Farbe wäre hier Okay Machen wir mal rot Ah, dann sieht das so aus Okay Wir lassen es mal Für den Anfang bei blau Aber das ist natürlich auch praktisch So findet man Die Linien dann auch wieder Ich nehme mal an Umbenennen kann man sie auch So Jetzt würde ich hier gerne wieder raus Jetzt hoffe ich nur Die verstopfen uns Die Strassen nicht allzu sehr Das Werden wir dann sehen Das hängt natürlich damit zusammen Wie gut sie genutzt werden Lassen die Leute die Autos stehen Und benutzen sie die Busse Oder Machen sie das eben genau nicht Neun Passagiere Okay Doch, das ist ja soweit gut Wir kriegen das Fenster weg So Da ist ein Kreisel drin Bestens Doch, ich glaube das ist eine gute Sache Mit den Bussen Da klingelt schon das Telefon Das heisst Da ruft jemand an und sagt Mach Schluss für heute Mach beim nächsten Mal weiter Stopp und das werde ich jetzt Auftun Ich danke euch fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Tschüss Musik Untertitelung des ZDF, 2020